Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute von der traumhaften Dachgeschosswohnung in der Bremreinergasse im 13. Bezirk. Wie ihr sehen konntet, haben wir gerade die Wohnung direkt über den Lift betreten. Daneben befindet sich gleich Videogegensprechanlage und ich mache jetzt die Sicherheitstür der Widerstandsklasse 3 zu. So, dann sehen wir hier großzügigen Vorraum mit genug Abstellfläche für Garderobe, Schuhe, Jacken und so weiter. Dann starten wir gleich hier mit dem ersten der Kinderzimmer. Wie ihr sehen könnt, liebevoll eingerichtet, Zugang zum eigenen Balkon. Der Balkon ist dann auch verbunden mit dem zweiten Kinderzimmer. Extrem großes Zimmer, sehr hell. Und wie gesagt, ebenfalls Zugang zur Terrasse, die Richtung Norden ausgerichtet ist. Und toller Blick ins Grüne. Ja, dann begeben wir uns weiter über den Vorraum zum Schrankraum, der eigens für die Kinderzimmer vorhanden ist. Sehr viel Platz für Kleidung. Dann das eigene Badezimmer. Mit Waschbecken. Große, gemütliche Badewanne. Handtuch, Heizkörper. Und auch Anschluss für eine Waschmaschine. Hier noch ein kurzer Blick in das getrennt begehbare WC. Eben gedacht für die Kinderzimmer und für Gäste. So, dann geht es hier weiter in die traumhafte Wohnküche. Wie ihr sehen könnt, sehr große Raumhöhen aufgrund der Galerie, auf die wir uns später noch begeben werden. Zugang zur nach Süden ausgerichteten Terrasse. Das heißt, hier vor allem um die Mittagszeit sehr sonnig. Hier geht es dann weiter zum Elternschlafzimmerbereich. Hier kurzer Blick gleich ins Schlafzimmer. Dann ein Schwenk über den begehbaren Schrankraum. Und hier geht es weiter zum eigenen Badezimmer für die Eltern. Mit Doppelwaschbecken. Handtuch, Heizkörper. Badewanne. Bodenebener Dusche. Daneben ein zweiter Waschmaschinenanschluss. Plus ein weiteres WC. Also wie ihr sehen könnt, top ausgestattet. Qualitativ sehr hochwertig. So, dann geht es wieder über den Schrankraum. Richtung Schlafzimmer. Unfassbar großes Schlafzimmer. Mit genug Platz für zusätzliche Kästen, Kommoden, King-Size-Bett. Und hier der Blick wieder zur Terrasse. Hier haben wir ziemlich genauer Osten. Das heißt, sie werden wirklich von der Sonne wachgeküsst. So, dann gehen wir wieder über den Schrankraum Richtung Wohnküche. Noch mal ein Blick von dieser Seite, weil es so schön ist. Großer Essplatz. Hier die Anschlüsse für die Küche. Und dann begeben wir uns auch schon nach oben. Auf die Galerie. Diese lässt sich im Übrigen auch über den Lift betreten. Sprich, auch innerhalb der Wohnung ist Barrierenfreiheit gegeben. Hier ist dann der Ausgang vom Lift. Traumhafter Raum hier. Für möglicherweise Büro, Bibliothek oder Ähnlichem. So, dann gehen wir hier hinaus auf die nach Süden ausgerichtete Dachterrasse. Wie Sie sehen können, sehr viel Platz. Und auch schon ein toller Blick ins Grüne von dieser Ebene. Auf jeder Außenfläche befindet sich Strom und auch Wasseranschluss. So, dann nutzen wir hier doch gleich noch einmal die Galerie. Und wagen einen Blick von oben in die Wohnküche. Einfach nur traumhaft. So, dann gehen wir weiter auf die nach Norden ausgerichtete Dachterrasse. Absolute Ruhelage hier. Toller Blick ins Grüne. Und auch nochmal die Möglichkeit, ganz aufs Dach zu gelangen. Hier haben Sie einen 360 Grad Blick auf Ihre Terrasse. Traumhafter Blick ins Grüne. Und auch Richtung Stadtzentrum. Genauso schöner Blick in die andere Richtung, Richtung Süden. Ja, meine Lieben, falls ihr Fragen zu diesem Schmuckstück habt, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail. Ich bin jederzeit für euch erreichbar. 発st grateful. . Untertitelung. BR 2018